Halleluja! Entschuldigung, ist das Green. Ist man für solche Rockstar-Fantasie nicht irgendwann zu alt, ungefähr so mit 14? Chris! Telefon! Hallo, hier ist Kirk Cuddy. Ich spiele in einer Band, die heißt Steel Dragon. Ricky, deine Spälze sind fast genauso lahm wie dein Gitarrenspiel. Ja, für meinen Humor kann ich nichts, aber über mein Spiel ließe sich reden. Wer ist da? Wir haben die ganze Welt auf den Kopf gestellt, um einen Star zu finden, der nur darauf wartet, entdeckt zu werden. Ich liebe dich so sehr. Und, willst du den Gag? Ja! Ich war mal ein ganz normaler Typ. Ich bin mit Postern von diesen Jungs an der Waren groß geworden. Jetzt bin ich einer von ihnen! Zeig mir die Rockstar-Pose. Und versuch mal nicht zu grinsen. Es ist dein Job, ihre Fantasien zu leben. Greif einfach zu. Lebe deinen Traum. Du bist der Größte. Große! Große! Der absolute Wartewart. Er ist jetzt ein Rockstar. Für ihn gelten kann erregeln mehr. Ich stehe das nicht durch. Mark Warburg Jennifer Aniston Schon als ich dich das erste Mal sah, dachte ich, der Junge wird es einmal ganz nach oben schaffen. Darin folgt eure Träume, Leute! Folgt eure Träume! Rockstar